Das kommende Album von Fersengold trägt den Titel lautes Gedenken. Das Album erscheint voraussichtlich am 3. November über das Label RCA Records. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.